Wenn du jetzt an den Moment denkst, wenn ihr euch wiederseht, was überwiegt da? Die Vorfreude oder eher die Wut und die Enttäuschung? Ich werde diese Menschen bis ans Ende respektieren und auch für sie da sein. Deswegen 100% Vorfreude. Ich möchte mit den Menschen reden, ich möchte mit ihr Sachen aus der Welt schaffen, die vorgefallen sind und positiv in die Zukunft schauen.